Willkommen bei So geht das. Wir testen für euch heute mal wieder einen Lifehack und zwar geht es diesmal darum, Schnürsenkel oder Seile zu schneiden, ohne eine Schere zu benutzen, sondern nur mit den Schnürsenkeln selbst und das probiere ich jetzt mal aus. Wie gesagt, ihr braucht wirklich nur einen Schnürsenkel und den müsst ihr einmal zwischen eure Beine klemmen und dann schiebt ihr den Schnürsenkel einmal über einen Fuß und hier wieder hoch. Und das war es eigentlich schon. Wichtig ist, dass ihr hier auf Spannung ist, also dass ihr hier wirklich drauf tretet und dann müsst ihr das nur hin und her bewegen, sodass quasi Reibung und Wärme entsteht und das mache ich jetzt mal so lange und warte, ob es reißt. Ich muss jetzt meine Schuhe hier kaputt gehen, dadurch, dass es auch hier immer so hin und her geht. Wo war ich da? Also da fliegen auf jeden Fall schon mal so ein paar, wie nennt man das? Oh, das ist ganz warm. Baumwollfetzen. Das riecht auch ganz komisch. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich jetzt diese hier trenne oder da trenne. Und wie geht hier oben mehr kaputt? Ja gut, das ist jetzt zwar an der falschen Stelle gerissen, aber es ist gerissen. Ist ja schon mal besser als nix, ne? Und die ist auf jeden Fall schon mal um einiges dünner geworden, aber nicht gerissen. Naja, also Ziel erreicht, nur nicht ganz so gedacht, gemacht, wie geplant. Ist natürlich fatal, wenn ihr an einer bestimmten Stelle das Ganze zerreißen wollt und dann die Stelle reißt, an der ihr nur dreht. Ist ja doof. Ich bin, glaube ich, nicht so begabt für dieses Ding. Bei mir reißt... Oh, es ist richtig warm. Bei mir reißt immer die Stelle, wo es eigentlich nicht reißen soll. Für mich ist es ein Fail. Für mich funktioniert es nicht. Bei mir funktioniert es zwar, aber nicht so wie gewollt, kann ich mir hier ein Freundschaftsarmbändchen draus machen. Toll. Also es hat nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte, aber ich verstehe nicht. Dann würde ich lieber warten oder mir ein Feuerzeug nehmen oder bei einem Nachbarn klingeln und fragen, ob der eine Schere hat, bevor ich dann nachher die ganzen Schnürsenkel zerstöre. Kommt bei mir... keine Punkte. Durchgefallen. Aus... 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 Tschüss. Viel Schmollen. Aus... aus... Dễ immer noch...